einen wunderschönen tag menschen was soll ich sagen also baustelle ist endlich fertig die jungs sind dabei der bericht ist gerade dabei macht noch ihr instagram reels sehr schön also also läuft und ich hatte eine idee und genie und wahnsinn liegt sehr eng beieinander man selbst denkt man sich mal so genie und alle anderen sagen wir es gekloppt ich weiß es nicht jedenfalls habe ich mir überlegt gestern was machen wir schön und dann kam ich auf eine gewisse ja nicht in einem fieber waren auf eine idee die entweder richtig gut oder richtig scheiße ist weiß noch nicht was von beiden davon zustimmt lase ich so schon mal heute heute ist unser kamerakind und zwar habe ich überlegt wir machen weil ich ein großer wurst fisch bin und ein großer bratwurst fan bin habe ich schon im sammeln lesen wir machen bratwurst würzfleisch also würzfleisch aus grillwurst keine ahnung ob das eine gute idee ist oder eine schlecht eigentlich keine idee aber am ende werden kosten sehen ob die die schlecht ist auf alle fälle wissen wie man das macht das habe ich mir nicht auch nur ausgedacht kriegen wir hin also weiß nicht ausgedacht das sind würzfleisch nur bratwurst aber das ist ja vielleicht interessant für euch und das werden wir jetzt machen viel spaß dabei die erste drama die festgestellt habe ich habe von allem ein wurstfleisch schälschen nur noch eins also bitte melde die wurstfleisch schälschen die anderen irgendwo sind kommt mal zurück ansonsten habe ich hier so eine tapas schälschen kannst du größere schälschen nachdem wie groß der hunger ist dann habe ich ja wunderschön halbieren vom bisch wenn es habe ich nur wirst genommen also welche ohne haut und welche mithaut das war nachher vom und die film mal sagen können welche besser sind ja diesen käse und das sind jetzt normale hautlose grillwürste vom lief beendet hier drüben habe ich keine brühe gemacht da ich habe mir basic stock genommen war wasser drauf und gerührt fertig dann haben wir noch ein bis zwei zitronen da kann man ein bisschen spielen mit butter dann paar spritzer worcester soße originale worcester soße so weiß man haben wir hier da dachte erst der ist null prozent als gottloops neun vorne ich habe ja schon richtig erschrocken dann haben wir ein bisschen käse dann champignons da wollte ich eigentlich ganze haben da sie waren kurven hast mitgebracht und bei der beja sind genau hier sind noch 56 esslöffel jute brandenburger mehl und dann müssen wir zum umrühren der germofen der steht schon auf dem grill dann habe ich noch von meinem lieben freund martin er hat immer mal gesponsert nennt zitronen auspresser und wie man grillen schaue besser und brett wir sind ja hier bei klaus gilt feines grillen barbecue und dazu gehört natürlich und deshalb wenn wir erstmal hier unsere würsche ordentlich angrillen dieses die haben wir die macht aber muss das nicht schön einmal ordentlich farbe ziehen und dann angrillen dauert sogar 56 minuten wie lange halt so eine grillwurst braucht damit drehen wir müssen die bürste das erste mal schon hier liebe kinder falls ihr seht macht niemals mit händen sondern mit zangen ist ja jetzt hier mit den fingern umspiele ich weiß genau warum jetzt kann also man sieht das klar sie bei ist weil die mutter hatten gesicht ja so sagt also immer topf heiß machen erst mal schön butter anschmelzen jetzt habe ich jetzt noch neun die stelle aber nachher runter das muss eben auch zum zum aufheizen schön ist hier germanofen echt super schnell waren ich habe jetzt schon mit so einer kontaktplatte hier drunter funktioniert sehr gut falls sie nicht so ein schönes induktionsfeld in eurer außenküche habt sondern bloße seitenkocher oder auch in der küche war also kann man überall mal machen wichtig erst mal schön mit die butter hier anschmelzen kann man schon die temperatur runter nehmen jetzt kämpfen wir hier wieder mit der temperatur zu 7 rechnen erst mal aus schmelzen die erst mal schön an aber ganz wichtig nebenbei diese die würste nie vergessen die bin jetzt hier schon an form und farbe die packen wir jetzt hier wer der kiesischen raus ich glaube ich ihnen schon vorher kosten kann ich wenig schneide sind sie denn ich war so ich wusste ich koste und die lase in die kostet dann könnte das tatsächlich reichen so wie immer quatsch erzählt ich habe der stück wo darin gemacht dem nicht halbe stück gut da reicht die ersten würste packen wir schon da oben und die anderen können auch kleen moment unsere bruder die wird jetzt schön schön hell also schön glasig fängt an zu schäumen und das ist ja moment wo wir immer so stückweise unser miel einrühren und in mir das darf golden werden daher aber auf keinen fall auf keinen fall darf das braun werden also soll ein bisschen golden aber die braun stückweise zu ist die klumpen bilden dass wenn man sie hat dass man sie gleich wegkriegt temperatur kann man stücke runter nehmen jetzt hier auf 8 also mir spiel zu muss man euch nicht erklären also sieht wird stück für stück ist man so eine richtig schöne passt hüse passt die hat die nicht glücklich ist jetzt sind wir genau an dem punkt wie er muss den letzten hier noch die letzten klümpchen raus kann kleinen kleinen ticken farben kommen ich weiß dass ich in der mitte so sprudelt genau diese diesen effekt hat dann wenn er auf dem richtigen auf dem richtigen dampfer das schwingt das geil die weg wichtig dass immer alles in bewegung ist hier und jetzt die lösche mit unserem wein hier ab schön großen schluck weißwein und den erstmal schön glatt rühren da wird wieder so ein bisschen teigig dann kommt unsere brühe ins spielort ist schon sehr sehr geil so durch diesen kuchen ich habe immer so stückweise mehl und lösen wird hier hoch in der jetzt ist natürlich sehr sehr dampfig in der brühe montieren werde jetzt wahrscheinlich das falsche wort dafür aber sorgen dafür dass wir jetzt die gewünschte bindung bekommen oder weißwein butter ich meine macht man nicht verkehrt und leben mit und jetzt einfach rühren 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 ich habe entschlossen noch ein teelöffel griffe voran zu machen schön einrühren ich glaube das video heißt die bald klaus rührt aber es ist leider so ein kleines schlucken und dann sind wir schon dass es nicht so suppig wird wissen zieht mir ja meist noch nach und wenn wir den ofen auf einen sehr guten weg hier ein klüppchen können müssen raus ein kleines spritzer zitrone rang und alles wo zitrone rankommt schmeckt man ein bisschen bisschen zucker dazu ab schön und halt ein rühren und dann ist die so was sie im prinzip schon die drohen soße fertig bis auf was willst du du hast da so muss immer ein spritzer borchester 12345 spritz hatte recht den rest wird sich ja der gast nachher am tisch selber nach war sondern da können wir den hier schon den herd aus machen die wischen nehmen auch schon zwischendlich immer runter bei wurzfleisch hat man immer relativ kleine stücken und das mache ich jetzt so hier habe ich mir überlegt dass ich bewusst einfach immer links halbieren dann die halbierten halbieren normal dann haben wir praktisch machen also so umgeviertelt dann war schön wie beim wurzfleisch richtig kleine stücken und die stellen wir jeweils hier runter gleichmäßig und gleichmäßig ihr kennt das spiel das ist zu groß und jetzt könnte dreimal raten was passiert richtig immer kosten wobei ich finde ja eher klassen wo es mit darm besser aber im dienst der wissenschaft nehmen wir die aber jetzt richtig bock drauf haus noch mal da muss ich mein stück wir eigentlich zu schade eigentlich zu schade aber soll ich sagen ich habe es jetzt aufgemacht und wenn die auch schnell ist hier jetzt ein messer voller käse so ist denn wenn er bis in die soße aus den würsten mit drin läuft sind auch kein verbrechen und wie gesagt machen wir uns nicht nur übergehen und versenken wir schön unser geschnitten würstchen darin und muss gestehen also von den käse würstchen da konnte ich meine finger nicht lassen also erfolgen die grün die käse der dann raus schmilzt und hier in unser arbeiter und bauern raufeln also unser würzfleisch trainiert aber jetzt meine schöne eine schöne bindung ganz wichtig dazu noch nicht vergessen unsere champions die mich mögen macht jeder nicht rennen aber auch da ist gilt dosen champignon ist damit mittel der wahl manchmal sind ja so lebensmittel verpönt aber für so weiter aber das ist schon super lecker schmeckt gleich noch mal immer hat damit ist es nur um die soße ob die mehlig ist und ob die überhaupt die sehr sehr gut und wir sagen wir kommen wir backen war und prinzip total easy wir füllen einfach nur unsere förmchen ein so ein bisschen platz oben lassen viel käse es sieht irgendwie aus wie in wien da gefängen also würzfleisch aber irgendwie wieder anders zu füllen weil ich jetzt nicht sein wenn man praktisch mit allen förmchen fühlst du da hier ist ein hier ist ein ein drama in diesem set exame bilden sollen hier film werden weil ich das zu erzählen aber der film trotzdem ja also pass auf jetzt kommt der schwierigste teil überhaupt nicht immer schön käse drauf also welchen kieser aber dann mitgebracht gratinkäse gratinierkäse also zu auszeiten hätten wahrscheinlich eine schäbe gouda aufgemacht oder mthal aber gerade kriegt hätte aber nicht mal keine bratwurst drin gehabt also von daher auch alle kritik an diesem rezept was das thema originalität angeht das ist nicht original ist es anders schön immer hier ja so wie gesagt das genie und wahnsinn aber ich glaube das könnte um wahnsinn ich weiß nicht also portionsmenge die wir jetzt hier machen reicht bestimmt aus mit zwölf würsten für mit sicherheit sechs leute war also ja mehr also naja als das vorspeise und die dinge nehmen wir jetzt und so wie sie sind und packen suchen grill so grün ist weiß wie er kann knapp 400 grad das heißt die käse über beck schnell packen hier da oben und was ich jetzt mache ich mal als alle brenner aus weil die 400 grad die reichen jetzt hier drin dies bloß den deckel und button zwei drei minuten ab zeit ist abgelaufen hier sind sie unsere bursche ist schön immer krisis schmolzen ganz richtig spitze gekriegt genauso muss das aussehen und die nehmen es runter und können die verteidige gäste beziehungsweise können kosten aber ich freue mir so hier sind sie und erst mal die krise erst diese hoch er hat noch ein bisschen gekonnt aber ich glaube das ist der gratiniert hier soll er den richtigen geordneten ist dann hast du den hast du mehr so knusperkoste drauf und schlimm ist aber das auf jeden fall schlecht wenn man spritzern zitrone ja das wichtig also gemarktet worcester so ist richtig ersäufen dann eben umbringen hier dann auf euch die rolle würde also natürlich ist klar wenn wir nicht irgendjemand als als würzfleisch andrehen würde wir zurückgehen lassen aber erstaunlich gell super hier mit dem mit dem mit dem mit mit wo es drin war ich so ist die worcester soße käse dazu richtig schöne matche patschig überhebend lang fahren sehr sehr geil wenn ihr einfach bratwurst zu langweilig ist ist jetzt noch option wenn du der größte original wurzfleisch werden dieser welt bist probiert trotzdem aus ich glaube original wurzfleisch ist original würzfleisch aber die nummer ist echt geil die ist geil die ist irgendwie anders also genie oder wahnsinn wir wissen nicht wie sie ihr könntet unterschreiben genial oder wahnsinnig weil ich liebe ich betreibe ich würde schreiben genial oder wahnsinnig und darum nach oben da lassen wohl oder kommentar oder abo von daher bis zum nächsten markt aus gilt feines grillbar q macht's gut und ich ist jetzt hier weiter und lass die handwerker noch ein bisschen zappeln und dann und dann haben sie pech ab von daher bis zum nächsten mal macht's gut beef bandit once abandoned always abandoned